Und da sind wir wieder zu einer weiteren Folge von Call of Duty Modern Warfare Online Modus mit den EinfachSieb! Moin! Und das ist diesmal eine Silvester-Special-Folge und mein Bruder ist auch hier. Sag mal hallo! Hallo? Wir sind jetzt hier richtig am Start und ja, dann wollen wir mal! So, dann warten wir jetzt nochmal. Ja, ich muss hier eben die Runde und sowas einstellen. Nur keine Eile. Keine Eile. Wir haben Zeit. Das ist gut. Immer Zeit damit. Das wird schon gehen. Ich hoffe, dass ich dann bei der nächsten Runde besser war. Besser werde, man. Mensch, ich kann ja gar nicht mehr reden hier. Das hoffe ich auch. Aber bei der letzten Folge, das war ja vor zwei Wochen, ne? Oder vor zwei Wochen, glaube ich. Also wird Zeit, mal den Spieß umzudrehen. Ja, ich bin jetzt auch live, quasi. Sauber. Gute Sache. Okay. Der Battle Pass. Team Deathmatch oder was? Oder was? Oder was? Oder was? Okay. Du bist jetzt immer noch am wählen? Oder ist das jetzt Zufall? Das ist jetzt Zufall. Okay. Ach, da bist du, genau. Ja. Ah, da sind die ja, genau. Dann kannst du ja jetzt auch losgehen hier mit der Folge Gunrunner. Ich habe aber... Ach, diese Karte, die ist gut. Die finde ich gut. Das ist da, wo wir halt das 1 gegen 1 gemacht haben, oder? Stimmt, genau, ja. Wo du dich da oben immer drauf versteckt hast, du alter Ratte. Oben auf dem Dach, ne? Ja, Mann. Ah, das war schon legendär. Das war schon legendär. Okay, jetzt geht's los. Das war lustig, auf jeden. Ich habe die Folge, die habe ich ja aufgenommen, aber dann konnte man dich irgendwie nicht hören. Das war ein bisschen blöd. Aber, naja, auf ein neues. Können wir ja immer noch machen. Auf jeden. War das, nee, das war nicht die Folge, wo wir das 1 gegen 1 hatten, glaube ich, das war hier nicht. Sieht anders aus, oder? Ja, oder? Ich bin dir nicht sicher. Schauen wir mal. Das war die. Ach, doch, doch, genau. Ja, ja, ja. So, dann wollen wir mal hier ein bisschen aufräumen hier. Schauen wir mal, ob wir hier aufräumen oder die. Ach, wir räumen mal hier einfach ein bisschen auf. Bischen für Ordnung Sorgen hier. So, der Herze ist hier erledigt. Ich auch. Was schießt du auf mich, du Sackratte? Ey, aber ich habe auch schon angetroffen gerade. Ich blende dich jetzt. Nein! Du Sack, ey. Du Bastard, ey. Nicht mit mir hier, ey. So, wo sind die ganzen Spacken hier? Die verstecken mich bestimmt wieder oben. Ich denke mal, ich gehe wieder nach oben ein bisschen nach... Hier wird sich nicht versteckt, mein Freund. Hier wird gekämpft. Ja, ich mache einen hier auf Scharfschütze hier. Das war von oben. Wieder einer. Wo kommt das denn her? Boah, ich bin voll auf die Schnauze gehauen. Oh, hier ist einfach noch unten. Keine Lust auf einen. Die schießen alle auf mich. Obwohl die alle in meinem Team sind. Was ist los? Ja, manchmal ist das so. Scheiße, ich bin voll. Hat er einen... Dritter Abschuss. Mann, es läuft doch. Es läuft. Da bist du. Pass auf, dass du nicht... Einfach Kopf durch die Wand hier. Normal. Ich lege dir eine Mine hin. Mach mal. Mach das, mach das. Junge, wir sind hier zu dritt. Boah. Du lebst noch, ne? Ich lebe noch. Das war knapp. Die Betonung liegt auf noch. Ich bin noch... Einer ist in meiner... Einer ist in meiner Claymore reingelaufen. Ey. Ich mag das, ja. Ich muss das immer so... Ich muss das immer so verlegen, die Claymore min, wo halt die Wege sind. Wo die Leute halt langlaufen, ne? Das ist schon schlau, ne? Junge, das ist ein neuer Rekord. Da sagst du. Bis jetzt bin ich noch nicht gestorben. Das ist ein neuer Rekord, Alter. Die stehen da oben wieder alle auf diesem blöden Waggon. Warte mal, wo sind die? Ja, ich habe auch drei Abschüsse, genauso wie du. Das ist ein guter Anteil. Oh, oh. Ah, das gibst du, Alter, ey. Das tue ich auch mal. Mann, Mann, Mann hier. Da war einer. Alter, was ist los hier? Das bist du. Da springt der Sebastian, oder? Der Seep. Hey, hockst du die ganze Zeit da auf diesem blöden Waggon? Nein, jetzt ist mir erst immer so tot. Jetzt hat es mich erwischt. Jetzt hat es mich erwischt. Ich habe mal die ganze Zeit nur so doof rumhockt, ne? Dann muss man sich nicht wundern, wenn man denn weg ist. Mein Freund. Ja, das stimmt, das stimmt. Das ist eigentlich Dummheit hier. Das ist es. So, mal gucken. Boah, der mit seinem scheiß Raketenwerfer. Schon wieder... Raketenwerfer auch noch. Ja, Mann, ich bin voll gelaufen und der schießt mich einfach ab und ich fliege dann erstmal weg. Boah, wo kam das denn her? Seid am Lagerhaus. Na, hockt da oben wieder einer? Wo seid ihr denn alle? Mich hat's zerlegt. Mich bis jetzt nur einmal. Das läuft ganz gut. Noch. Wo sind die alle, ey? Ja, die Betonung liegt auf noch. Da bist du. Ich gehe hier raus. Ich gehe einfach raus hier. Verdebündel der Sanktel-Aufstation. Richtig, wir Spacken, Alter, ey. Das sag ich dir, du. Das ist so. Feind dein Wald. Oh, Junge. Nein, das gibt's doch nicht. Das war doch viel zu einfach. Das war viel zu einfach. Da war doch einer. Ne. Alles unsere Leute hier. Erwischt. Sehr gut. Was hier so abläuft. Boah, den Nächsten. Nein. Oh, wieder mit ihren Snipern-Gewehren hier. Wieder so verdächtig. Ruhig hier. Oh. Zu ruhig, ne? Ja, die sind alle wieder da oben irgendwo. Ich hab ihn doch getroffen. Das kann doch nicht sein. Ich bin der Wünste dich. Mann. Jetzt sieht's natürlich ganz anders aus. Oh, ich dachte schon, dass wir hin. Ich dachte schon. Das ist unser Kampf. Konzentration. Achtung, verbündet das Kampflugzeug im Einsatz. Wo seid ihr denn alle hier? Mensch. Ja, sehr gut. Ja, sehr gut. Alter, das war richtig knapp. Ja, wir haben gewonnen, ey. Deutlich. Hart, erkämpft und wohlfertig. Ja, sauber. Hammer. Was ist da los, Alter? Du bist letzter. Echt jetzt? Ja. Was? Das liegt doch so gut. Ja, du bist vorletzter. Immerhin nicht letzter. Aber ich bin nur gemalt gestorben. Oh, guck mal, den Abschluss der 28. Wahnsinn. Das ist schon gut, aber das hat auch einer, der hat's drauf. Ich denke mal, ich spiele das jeden Tag. Jeden, jeden Tag. So, mal gucken, was jetzt kommt. Ja, wahrscheinlich. Ich bin auch gespannt, was kommt. Ich weiß noch, diese eine Landkarte da, wo es so richtig eng ist. Wobei in jeder Ecke einer steht. Das weiß ich noch. Ja, die hatte ich gestern. Echt? Und diese eine da, dieses Kloster oder was es da war. Dieser blöde Palast, ne? Ja, genau. Oh, nee, darauf habe ich keinen Bock. Der ist halt voll ätzend. Ich mag den Palast nicht. Ich auch nicht. Ja, es gibt schon einige Stellen, die sind meistens alle da drinnen, ne? Ja, das ist halt so eine richtige Camper-Camp. Äh, Camper-Map. So. Camper-Map. Camper-Map, ey. Ja, mal gucken, was jetzt kommt. Mal schauen. Jetzt kommt Shooter aus. Ah, hier, Piccadilly. Ah, in London. In London. Piccadilly-Circus. Äh, ist Jörg jetzt heute Abend in der Stadt oder ist er zu Hause bei euch? Ich frag mal, bist du morgen noch in der Stadt oder? Ah, keinen Bock. Nee, hat keinen Bock. Gehst du doch eh nicht hin. Gehst du doch eh nicht hin, ey. Machst du doch. Machst du doch eh nicht hin. Ey, lass Jörg mal gleich eine Runde spielen. Warte mal. Willst du mal eine Runde spielen, Jörg? Ja, hat keine Lust. Er ist müde. Hat gerade gepennt und jetzt muss er jetzt mal wieder aufwachen hier. Na ja. Das ist ein richtiger Spacken, ey. Ein richtiger Spacken, ey. So, London. Wo ist das Alli Peli? Das ist das Alli Peli, das Alli Peli gucken, oder was? Das WM, das WM hier, Finale. Van Gerwen gegen Peter Wright. So, mal gucken. Da kommen schon die ersten. Na 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 na. Peter, Peter Wright. Und so lege ich am Boden. Peter, Peter Wright. Peter, Peter Wright. Peter, Peter Wright. Na 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 na. Ich höre Schüsse. Das ist nicht gut. Oh oh. Noch zu ruhig hier. Ne, das ist nur einer von unseren Leuten. Oh, scheiße. Erwischt? Ja. Erwischt, erwischt, erwischt. Ich geh mal da hoch. Ich muss mal gucken, ab wann ich die Uzi freigeschaltet habe. Das ist eigentlich auch ganz cool. Musst du die freischalten? Ja, wenn du Spiele zuschaltest, ist das irgendwann aber nachweilen. Ach, da bist du. Vorsicht. Oh, Vorsicht. Hinter den... Nein. Hinter den... Hinter den, äh, roten... Kurz. Die sind alle dahinter. Echt? Ja, du lebst noch, ne? Den machen wir Burning Man. Mach mal. Die Freunde sind hier. Oh, Junge. Wieder direkt von hinten. Adi, komm mal von hinten, ey. Das ist so. Boah, das war so schlecht, das war so schlecht. Ich seh die genau vor meiner Linse, da, genau vor meiner Linse. Und was ist, ich treffe die nicht. Das ist bei mir genauso. Ich ziele und dann eigentlich treffe ich die auch, aber dann machen die einen Schuss und dann liegst du am Boden. Ich bin selber ein Spacken, ey. Selber, ey. Richtiger Spacken, ey. Richtiger Spacken, Alter. Wir sind alles, wir sind alles ein Spacken hier rumlaufen. Ja, das ist ein Ultraspacken. So, da hier ist einer, hier ist einer, der kommt gleich. Ja, Mann. Boah, da kam einer von hinten, ey. Boah, Junge. Oh, Mann. Gibt's doch nicht. Der hat mich genau gesehen, wo ich war. Wieso Knüppel? Knüppel, ich brauch noch nix sagen. Du hast doch die Glocke aktiviert, dann siehst du doch, ob ich live gehe oder nicht. Die Glocke aktivieren, Mensch. Seid auf dem Kopf. Die Glocke muss aktiviert werden. Das gibt's doch nicht, ey. Ja, für uns läuft es nicht schlecht. Sag ich mal so. Bei mir könnte es besser werden, eigentlich. Ich werde hier beschossen. Ich sag euch das nicht noch einmal. Ja, genau. Ich will hier auch nochmal einen weglauern. Christian, wo sind deine drei Euro? Christian, wo sind meine drei Euro? Ich hab gestern gut das gut gemacht, ne? Drei Euro gespart im Kino. Alter, ich hab ihn abgefackelt. Einfach mal perfekt dahin geworfen. Geil, ey. Geil, ey. Ja, und was sagst du zum neuen Star Wars Film? Lohnt es sich, den zu gucken oder nicht? Also, ich fand den ganz okay, ne? Weil Lars, das Problem ist, Lars hat die letzten, ich glaub, den letzten Teil hat er nicht gesehen. Also, die letzten Jedi. Und deswegen wusste er nicht, wie es eigentlich weiterging. Aber ich fand das gerade... Ja, ich... Ende, wir gingen eigentlich. Ich... Komm mal, die anderen. Ich hab die halt auch nicht gesehen, ne? Also, ich kenne eigentlich nur... Die alten Krieg der Sterne-Filme. Boah, die sind geil, so von 1970 und so. Die sind legendär. Und halt, ähm, jetzt die neueren, weißt du, Episode 1, Episode 2 und Episode 3. Genau. So, die... Die neuen sind ja, glaub ich, auch von Disney, ja? Ja. Disney hat ja die... Die rechte gekauft von Lucasfilm. Ist das denn jetzt der letzte Film, der jetzt rausgekommen ist von allen oder kommt dann noch irgendwie was? Also, das... Also, was... Den Film, den ich gesehen hab gestern, das ist eine Trilogie. Die erste war ja Erwachen der Macht. Und dann die letzten Jedi. Und dann, äh... Ja, hier, The Reiser Skywalker. Oh, Mann! Das ist eine Trilogie. Okay. Aber da kommen auch... Wie gesagt, ich... Ich muss halt schon irgendwie... So Laune da drauf haben, weißt du? Aber sonst so... So jetzt so der Bekennen des Star Wars Fett bin ich definitiv nicht. So richtig Experte bin ich auch nicht. Aber... Ja, das kann sich ja noch ändern, ne? Man kann sich ja immer noch ansehen. Also, ich hab geh... Also, ich hab gehört, einer von einem Millionen mag den Film. Echt? Mehr nicht, nee. Ich hab jetzt... Ich hab jetzt nur einige... Die meinten, ja, der... Das ist das schlechteste Star Wars Film aller Zeit. Und einige sagen, das ist top, ne? Also, eigentlich alles nur... An sich Sache. Für jeden. Aber, na ja. Du kannst nicht alle Leute glücklich machen. Das ist einfach so. Also, da gibt's immer Leute, die meckern. Immer solche Spacken, ey. Man mag es oder man mag es nicht, ey. Das ist richtig Spack, ey. Ist so. Ist so. Wir brauchen mal so einen richtigen Kaventsmann von Pistole, wo wir alle weggehauen. Mann, ich wurde gerade weggehauen, ey. Kopsen, ey. Aber das Beste ist ja... Scheiße. Ich hab mich selber geblendet. Mann. Wie dumm kann man sein, ey. Echt, ey. Wie dumm kann man sein. Aber das Beste ist ja, im Januar kommt ja der neue Rambo-Film. Ich fände gleich durch mit Pistole. Ja, ich hab endlich mal einen getroffen. Wann kommt der Rambo-Film raus? Äh, am einen... Ich hab jetzt gelesen, ähm... Vierundzwanzigsten oder am 31. Januar. Boah, das war... Das war... Was immer am besten ist, immer dieses Gemetzel, ne? Wo er da in den Kopf hatte. Das Beste war richtig geil, Alter. Einfach mal so grube Scheiße. Einfach mal ballern hier. Was wir jetzt gerade machen. Wo bist du jetzt? Der war richtig geil, ey. Oh... Oh... Das soll ja angeblich der letzte Teil gewesen sein, ne? Ja, schauen wir mal. Aber die müssen wir auf jeden Fall alle zusammen wieder klotzen. Müssen wir alle Teile irgendwie innerhalb von ein paar Tagen nochmal zusammen gucken, ne? Ja, die ersten drei, die kenne ich erst in und auswendig. Oh, Mann, ey. Das gibt's doch nicht. Ja, dann können wir ja die letzten zwei nochmal gucken. Ne? Ja, die sind gut. Die hab ich auf jeden Fall Bock drauf. Ich bin auf jeden Fall sowas von dabei. Das ist gleich... Eine richtig, richtig Rambo-Nacht. Oh, ich war hier gerade richtig durchgemetzelt. Boah, ich fühl mich gerade wie Rambo, ey. Oh, jetzt machen wir auf Rambo, ey. Ich bräuchte nur noch einen MG. Oh. Junge, was ist los hier? Ich bin ja so was von schlecht gerade. Warst du jemals schon mal gut? Ich war schon mal... Mein bester Platz war hier mal dritter. Er kommt jetzt. Warte. Vorsicht. Oh, das gibt's doch nicht. Aber du wurdest auch noch nie erster, oder? Ich bin gestern einmal auf dieser kleinen Minikarte erster geworden. Und sonst könnte ich auch schon einmal erster geworden, ja. Oh, Blendgranate. Oh, nee. Niederlage. Oh, je, oh, je. Aber deutlich. Starb durch. Deutlich. Guckt ihr an, ich bin dritter geworden. Wahnsinn, ey. Yabba-Dabba-Duuu. Yabba-Dabba-Duu. 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 Yabba-Dabba-Dat. Aber ich wusste gar nicht, ey, Las hat ja auch Call of Duty, ne? Las hat ja auch Call of Duty, oder? Ja, weil der hat so ein anderes, ein komisches. So, jetzt, was kommt jetzt für eine Runde, ey. Crash. Crash, ey. Ja, Mann, ey. Money. Money. Schon wieder, schon wieder Piccadilly, ey. Echt? Kann man das nicht wechseln? Ich kann einfach rausgehen, ey, und dann kann ich ein schnelles Spiel wieder einfügen, ey. Ja, mach mal. Mach ich, ey. Geil, ey. Kann das sein, dass ich die ganze Zeit ey sage, ey? Ja, ganze Zeit, ne, ey? Aber egal, ey. Scheiße, ey. Also, das hat sich so eingebrennt im Gehirn, ja. Ey. Das ist schon so, keine Ahnung. Oh, da war gerade schon ein Feuerwerk gerade. Hammer, ey. Ich guck mal eben, ob ich, ob ich hier schon die Uzi oder sowas frei hab, das wär fett, ey. Oh, geiler Uzi, ey. Er hat schon was, ne? Oh, ich hab die Uzi frei, ey. Hast du freigeschaltet? Ich hab sie frei, ey. Hammer. Hammer, Hammer, Hammer. Ja, ich werd jetzt mal mit der Uzi spielen, weil die ist ganz cool. Also bestimmt schon einen richtigen Wumms, ne? Die schießt halt auch schnell so. Ja, das hat was, das hat was. Ja, Knüppel, bist du noch dabei und guckst zu, oder was? Geh mal hier, warte mal. Ja, ein anderer Kumpel, ein anderer Kumpel von mir, der ist, guckt uns gerade an. Geil, ey. Warte, wo ist denn, warte mal. Oh, Mann. Der White Tank. Ein treuer Abonente. Ja, Mann, der ist eine richtig treue Seele. Warte mal, ich guck mal auch mal eben kurz deine... Warte mal, wo bist du denn? Wo ist er? Hä? Wo ist er denn jetzt? Da ist er. Wer? Ich suche jetzt deinen Kanal. So. Ach, egal, guck ich gleich. Ja, guck ich später. Geil, schon wieder. Keine, OCA. So, jetzt mach ich auch ein bisschen besser hier. Ja, mal schauen. Los geht's hier. Ein, drei, zwei, eins, go! Team Deathmatch. Feindliche Bedrohungen im Einsatzgebiet. Ich bin bereit, machen. Jetzt muss ich mich wieder ein bisschen mehr konzentrieren hier. Irgend, irgendwie spackt mein Internet. Das ist nicht so geil. Ach, weißt du was? Ich weiß nicht, ob's an mir geht. Wir spacken alle. Boah, den ersten mit der Rundschwecke, Mann. Bada, 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 bada. Hängt gut an. Oh, ich hab tausendmal reingezimmert und immer noch nicht getroffen. Die lädt auch sauschnell nach. Das ist cool. Das gibt's doch nicht, Mensch. Das gibt's doch nicht. Klingt mega geil, ey. Klingt mega geil. Boah, woher kommt das denn her? Oh, pass auf, die sind, pass auf, da sind überall Sniper ganz oben. Du musst aufpassen. Die sind überall, die blöden. Die sind an diesem Gerüst. Spacken, ey. Die sind alle da oben. Warte mal, ich hol mal auch meinen. Den, den schnapp ich mir jetzt. Wo sind die? Ich bin wieder mit dem scheiß Scharfschützengewehr, ey. Oh, oh. Hört ihr, ihr beschossen? Mein persönliches Radar ist bereit. Ich bin jetzt durch. Man muss aufpassen. Augen auf. Ein Meierkauf. Ist so. Nein. Lade nach. Alter, vorhin da, das mit dem. Boah, geil, die Wuppen, Wuppen, den Netpack verloren, ey. Das war schon geil, ey. Geil, ey. Michael ist smolig, ey. Ist so. Hammer. Ich wollte gerade weggehen, weil sich da oben einer verschanzt hat, ey. Ich wollte gerade umdrehen und der hat mich neu versteht. Boah, guck mal. Ich stehe da auch wieder ein. Nee, es ist ja weg. Aber die, aber die Ozi ist fett. Die macht Spaß. Ja. Könnte ich dir nur empfehlen, das Ding. Aber ich muss mich doch immer freischalten, oder? Ja, aber ich muss jetzt erstmal alles dafür freischalten, für das Ding. Weißt du? Holo. Holovisier und Griff. Boah, Junge. Und allmöglichen Scheiß. Na ja. Boah, die facht nackt. Boah, die hat... Alter. Ich bin zweiter. Geil, ey. Boah, das gibt's doch nicht. Belegung in Erdgeschwind. Zu einfach. Einfach zu einfach. Ja, manchmal ist es einfach zu... Ich lege die Augen auf. Feindlicher Clusterschlag im Acker. Da ist jemand da oben. Entdeckung. Ei, 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 ei. Feindlicher Wilson eingesetzt. Ach, da hinten. Feindliche Hälfte geschafft. Leg deinen Zahn zu. Warte nach! Gute Leistung hier. Ja, alles geht. Wir führen. Ne, gar nicht. Wir liegen hinten. Ich bin zufrieden. Boah, da kommt so ein Roboter. Was ist das da? Ein persönlichen Roboter ist bereits in vorn. Ich hab ihn doch gehabt. Das gibt's doch nicht. Ach, na ja. Oh, Junge. Was denn los hier? Alter. Boah. Den hab ich erhüllt. Alter. Das war krass. Das war echt krass. Oh, das ist zu einfach. Kannst du das nicht knüppeln, wie mein Internet hängt? Ne, leider nicht. Hängt das ganze Zeit, oder? Ich hab's ja auch nicht knüppeln. Du schützt auf dem Schlachtfeld. Achso. So, jetzt Vollgas hier. Ach nee, darf man ja gar nicht mehr sagen, ne? Halt bei der Hauptstraße. Halt von der. Sag einfach Knallgas. Nix darf man mehr. Was ist nur los in diesem Land? Das ist Deutschland, ne? Alles wird verboten hier. Och, maaann. So, geh raus hier. Los, geh du. Feindliches Schildgeschütz auf dem Schlachtfeld. Und dann wirst du abgeknallt. Wie beim letzten Mal. Geh raus. Geh vor. Los. Geh. Los. Bam, 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 bam. Und schon wurdest du abgeknallt. Nein. So kam das. Ach, Mann. Ja, weiß nicht, was heute los ist. Also, die Verbindung ist auf jeden Fall nicht so die geilste irgendwie. Keine Ahnung. Oh, eins. Hängt. Ob meine Neffen oben irgendwie sitzen und was weiß ich zocken oder was. Zocken die auch gerade oder wie? Vielleicht muss ich da gleich mal hochgehen und denen mal das Internet kappen. Mach mal, ey. Was zocken die so? FIFA oder was? Ja. Gibt's doch nicht. Die zocken Fortnite. Ach das. Nee, Fortnite ist nicht nur meine Sache. Feindliche Drohne über uns. Da unten ist einer. Oh, Junge. Was ist los hier? Oh, Niederlage, du. Harte Tag, Leute. Schade. Oh, du bist Zweiter. Ja, Zweiter. Nicht schlecht. Das war eine gute Runde diesmal. Oh, Mann, das war ich. Oh, Junge. Das war nicht schlecht, du. Das ging. Auf jeden. Dritte. So. Eine weitere. Oh, da habe ich fast freigeschaltet. Ja, ich guck mal hier. Ausrüstung. Was ich hier schönes an meiner Uzi ranbauen kann. So, mal gucken. Waffen. Mini Reflex Revier. Das ist schon mal gut. Das sieht ja nicht schlecht aus hier. So, mal gucken. Boah, das ist ja auch geil. Ja, Knüppel, guten Appetit. Na, was gibt es bei dir zu essen? Nudeln. Oh, ich habe auch... Nudeln. Ich will jetzt auch Nudeln haben, ey. Was? Ja, ich würde sagen, noch ein, zwei Runden und dann muss ich mich fertig machen, weil ich muss ja gleich schon wieder los. Jo, machen wir. Aber jetzt wird erstmal noch eine Runde rumgeballert hier. Ja, dann machen wir nochmal eine Runde hier auf einer Vrambo hier. So ein Rambo. Nochmal alles hier, Gas geben, ne? Ach, das Scope an, wie meinst du das? Ich habe nur dieses eine Scheißding hier, aber ist besser als nichts. Alles klar, und los geht's. Operation Ramasa. Ramasa. Die Karte ist gut. Ich glaube, die kenne ich auch noch. Da kannst du viel durch Gebäude laufen und sowas. Und bis mit der Schrotflinte ganz gut dabei. Hammer. Das ist doch, Alter, Nudeln, Junge. War mir klar. So. Los geht's, Jungs. Konzentration hier. Wir müssen Frau Merkel retten. Team Deathmatch. Zeit, 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 Zeit. Schürf der Kravate. Los geht's. Nein. Kickst doch nicht. Ein, 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 um auf Frau Merkel. Ich hoffe, wir retten sie. Ja, ich hoffe ich, hoffe ich doch, ne? Wir haben die Kontrolle. Wir müssen Deutschland verteidigen hier. Zum Glück müssen wir das nicht. Das stimmt. Das wär's noch, du. So, einen hab ich schon mal. Noch einen. Zwei. Ich bin erster. Hohohohohohoho. Ja, noch. Hohohohohoho. Feindliche. Oh, Junge, was ist das? Die schleichen sich alles von hinten an, du. Ja, schön auf mich, ey, hier. Was war das? Boah, pass auf, pass auf. Pass auf, links ist, da kommt jetzt einer. Was? Hast du gesagt, wer ist da liegen? Was? Feindliche, persönliche Radar. Nee, ich hab da liegen. Was hast du gesagt? Hab ich liegen gesagt? Geht mir sein hier. Ich keine Ahnung, jetzt war das schnell. Ich hab liegen verstanden. Pass auf, da ist liegen. Wo? Geh mal hoch. Soll ich hoch? Ja, geh mal hoch. Ich geb dir Rückendeckung. Okay. Feindliche, persönliche Radar-Drohne in der Luft. Pass auf, da kommt welche. Da geht er hoch. Pass auf, da unten ist. Unten. Okay, ich geh' um. Okay, hier oben ist frei. Verbündete Drohne ist in der Luft. Hier ist frei. Ich hab ihn erwischt. Sehr gut. Gut. So. Geradeaus oder hier? Oh. Bist du erledigt? Ja, so. Ah, da liegt ja. Oh, Mann. Mann, die sind alle da oben, die Bastard. Pass auf, da fliege! Pass auf! Ah, da bist du wieder. Pass auf, sind alle... Die sind alle hier. Vorsicht. Der kommt für uns. Der kommt für uns. Oh, Mann! Das sind solche Fuchs. Oh, hat dich kleine... Hat dich kleine Christen erwischt? Oh, ist ganz schade. Oh, Junge, die... Meine ganzen Leute, die schießen mich alle an hier. Das gibt's doch nicht, du. Das gibt's doch nicht, Mensch. Ja, ja, ja. Und schon wieder. Mann, oh, Mann. Das Ding hat das. Jetzt bin ich letzter. So schnell kann es gehen. Das Ding hat noch Einzelfeuer. Feindliche persönliche Radar-Drohne in der Luft. Nicht so laut. Da war ich nicht. Feind, am Kaffee! Nicht so laut. Da unten war einer. Ja, hier. Warte mal, wo bist du denn, Lips? Boah, Alter! Oh, ein Sniper! Nee, das wollte ich gar nicht. Ja, endlich mal. Ich geh mal nach oben. Was denn? Achso. Ja, ich hab einen. Halbzeit. Weiter kämpfen. Das war wieder knapp, Mensch. Na super, ich hab nur noch einen Schuss, ey. Scheiße, wo kommt das denn her? Ey, geil, ich hab einen Revolver mit 3,57 Mark genommen. So was hab ich in echt schon mal geschossen. Bist du ein richtiger Revolverheld, ey. Das ist voll krass, das Teil, Mann. Der hat richtig Funs. Verbündeter Marschflugkörper unterwegs. Nicht hoch, Mensch. Wo geht's raus, hier? Verbündeter Marschflugkörper unterwegs. Ja, Mann. Ich dachte schon, wer ist das? Hier, kriegst du auch eine für mich. Ja, ich... So. Nein, das war knapp. Oh, scheiße, scheiße. Und jetzt hat mich anleg' ich. Mega-teamlich. Halb jetzt! Ich finde das nicht gut in deinem Raum. So. Sebastian, ich finde das nicht gut. Warte, du, Max. Ich finde das nicht gut. Ich finde das nicht gut. Ich finde das nicht gut. Ich finde das echt nicht gut. Feindliches Schildgeschütz aktiv. Oh, schieß immer an meine eigenen rein. Ja, ich auch. Oder ich würde ja von den... Oh, jetzt steht der blöde Penner da im Wege, ey. Mann, wo sind die denn alle? Kontakt. Feind. Kontakt. Feind. Feind. Kontakt. Feindliche Drohne. Boom. Boom hat's gemacht hier. Da hat er... Da hat er mal eine Granate gefressen. Geil, ey. Hat's noch rumgemacht. Oh. Was ist los hier? Was ist los in diesem Land? Alle müssen arbeiten. Neusten. Ja, ist so. Die verstecken sich hier irgendwo in den Häusern, weil der verbündete V-Toy draußen ist, also der Jet. Das Ding ist richtig overpowered, sag ich dir. Da geht ab. Persönliche Radar-Drohne in der Luft. Ah. Ah. Ich wurde gerade weg, Mensch. Das gibt's doch nicht. Feindliche Vorräte nähern sich. Wie, die nächsten vier Tage musst du auch noch arbeiten, was? Oh, Mann. Du bist doch eigentlich jetzt, äh, nur noch heute und dann hast du frei, oder nicht? Feindlicher Clusterschlag im Anschluss. In Deckung. Es läuft. Geh mal da oben. Alter, elf Schichten hintereinander, das ist schon echt heftig. Oh. Weg hier, weg hier, weg hier. Oh, das ist... Jod, ey. Ich hab ihn geholt für dich. Ah, sehr gut, ey. Der hat genau auf mich gewartet. Ja, weiß ich, ey. Ich bin doch ein guter, ey. Ehrenbrand. Eh... Ehrenbrand. Ehren. Ehrenbrand. Weniger als eine Minute. Was machst du so doof? Wir haben gewonnen. Alter. Ja, Mann. Ja, Mann. Oh, ist der Christian schon wieder letzter? Schon wieder? Ja. Oh, Mann. Was machst du? Mann, das acht wenigstens. Wahnsinn. Wahnsinn. Immerhin. Ist aber auch nicht so viel Unterschied von 5 auf 3. Aber wie sagt man so schön? Dabei sein ist alles, ne? 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 Dabei sein ist alles. So. Ich soll mal gucken, ob ich mal wieder, ob ich irgendwas noch frei habe für die Uzi. Süße. Süße Granate. Wieder was freigeschaltet. Musst du auch mal versuchen, das Ding zu nehmen. Die Uzi ist echt cool. Die ist echt ne Waffe, die Spaß macht. Ja. Ah, Mist. Ne, das wollte ich nicht. So. Ja, das ist echt schön hart, dass du durcharbeiten musst. Warum musst du durcharbeiten? Ist Steffen wieder krank, oder was? Das ist alles. Fantastisch. Du bist auch nicht. Kasem? Jurassic. Du bist gar nicht. Ich bekomme einen Parasen. Vielen Dank.